Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Mod Vorstellung Landwirtschaftssimulator 2013 versteht sich heute der Lego Truck mehr Fun als ernsthafter Mod von Lego Wow für 2000 Euro Futuring Real Child Sounds. Ja, kein Unterhalt. 20 Kilometer pro Stunde. Irgendwie so. Wir starten den Motor mal. Ja, der Sound ist wirklich etwas eigenartig. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Nicht sehr detaillierte Innenkabine, aber halt mal was Lustiges. Ich weiß nicht, ob hier eine ernsthafte Bewertung möglich ist. Also, im Spiel halte ich ja nicht viel davon, aber die Zunge als Gag? Das ist dann doch schon ganz lustig. Aus. Danke. Ja. Was haltet ihr davon? Ihr könnt es mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von so Fun-Mods haltet. Also, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben. Beziehungsweise, den Sinn ergeben sie schon, aber irgendwie gar nicht passen. Naja, ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Meine seht ihr gleich. Ich bin aber raus. Tschüss. Auf. Oh. 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 Vielen Dank.